Ja, mein Name ist Sascha Rabe und ich habe auch meinen Vlog zum Thema Krankenversicherung. Ja, das Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, die Deutsche Vermögensberatung, bietet einen Zuschuss zur Krankenversicherung allen Berufsstaatern an. Da habe ich viel positives Lob bekommen, weil das ist ganz selten für Selbstständige. Und genauso ist es auch mit dem Thema Risikovorsorge, Altersvorsorge. Ja, einer, der angestellt ist, bekommt vom Arbeitgeber ein bisschen Zuschuss zur Altersvorsorge, zur gesetzlichen. Leider kommt da nicht so viel bei rum. Ich selber habe gerade wieder im Dezember Wertermittlungen bekommen. Die Deutsche Vermögensberatung hat für mich drei Altersvorsorgeverträge abgeschlossen, die sie regelmäßig bezahlt. Und auch das Thema der Berufsunfähigkeit und das Thema des Risikos, die Hinterbliebenen-Schutz für meine Familie, da zahlen die regelmäßig ein. Also ich bin gut abgesichert über die Deutsche Vermögensberatung.